Überwachungskamera liefert Überfallbilder, Hollenstein, Göstling und Lackenhof sind elektrofit und Haus der Geschichte. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, M4 aktuell. Es war um die Mittagszeit am Hauptplatz von Amstetten, als zwei Räuber in ein Jubiliergeschäft einbrachen. Zunächst betrat ein mit Schirmkappe und Sonnenbrille maskierter Mann das Geschäft, bedrohte einen Kunden mit einer Pistole und schlug ihn zu Boden. Kurz darauf kam ein zweiter Täter in das Geschäft, ebenfalls maskiert, mit einem blauen Schlapphut und einer Sonnenbrille und raubte Uhren aus einer Auslage. Ein weiterer Täter fuhr das gestohlene Auto mit Salzburger Kennzeichen. Das teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die bei dem Raub verursachte Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Eine Überwachungskamera hielt den Überfall fest und die Bilder sollen nun Hinweise auf die drei Täter liefern, die weiterhin auf der Flucht sind. Vier weitere Elektro-Tankstellen am Gemeindeplatz und am Ski- und Bikepark Königsberg in Hollenstein, in Göstling an der Ips und in Lackenhof wurden nun in Betrieb genommen. Die Errichtung der Elektro-Tankstellen ist Teil des LEADER-Projekts E-Mobil in der Eisenstraße, das von der Europäischen Union und dem Land Niederösterreich kofinanziert wird. Alle Standortbetreiber stellen für zwei Jahre den Strom kostenlos zur Verfügung. 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte mit einem Schwerpunkt nun ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das zeigt ab nun das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach von einem historischen Tag im wahrsten Sinne des Wortes. Das Haus der Geschichte bietet auf rund 3.000 Quadratmetern über 2.000 Objekte von privaten, lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Leihgebern. Darunter befinden sich etwa der Dienstwagen von Leopold Fiegl, ein Faksimile des Staatsvertrages, der Bonchurrock von Kaiser Franz Josef dem Ersten oder ein 10 Meter hoher Wachturm aus der Zeit des Eisernen Vorhanges. Und rund um den 13. September feiert das Land Niederösterreich den Dirndl-Gwann-Sonntag, den Festtag der Heiligen Notburger. Sie gilt als Schutzpatronin für Mägde, Bauern und Dienstboten, die in der Ikonografie immer in Tracht dargestellt wird. Das gemeinsame Tragen der Tracht soll als sichtbares Zeichen die Verbundenheit der Menschen mit den Traditionen ihres Landes aufzeigen. Unter anderem wurde der Dirndl-Gwann-Sonntag ganz traditionell zum 9. Mal in Weidhofen an der Ips gefeiert. Meine Damen und Herren, das waren Sie Informationen von M4 Aktuell. Ich wünsche noch weiter gute Unterhaltung mit dem Programm von M4 TV, Ihrem Mostviertel Fernsehen.